Einfach beeindruckend, wenn man sieht, was die Mannschaft unter dem Jahr geleistet hat. Das ist der Punkt jedes Jahr, wo ich sage, da fieber ich drauf hin. Das hat meine Erwartungen, ehrlich gesagt, übertroffen. Grandiose Vorstellungen, sehr viel Emotionen, sehr viel Herzblut und man hat auch am Publikum gemerkt, dass das gut angekommen ist. Kastenbahn, Sarni, Südwind, Sport, der NTI Plus. Jeder ist begeistert von außen, von innen. Das ist unser Baby, das haben wir gemeinsam knaustappert und immerhin auf die Welt gebracht. Der Plus ist einfach die Quintessenz aus allem. Der hat vom San I was, der hat vom Südwind was. Eigentlich das Beste aus jeder Baureihe in ein Fahrzeug gesteckt und nochmal das Beste draus macht. Das ging nur durch die grandiose Zusammenarbeit, hat unglaublich viel Spaß gemacht und jetzt steht er hier und das ist einfach ein toller Moment. Wir machen in Zukunft einfach keine Kastenwagen mehr, sondern wir entwickeln jetzt ein COV. Insgesamt die Anmutung nochmal etwas zu toppen gegenüber dem Vorjahr war ja nicht unbedingt leicht, aber sie ist durchwegs gelungen. Das ist der Punkt, da fieber ich drauf hin und nehme für mich auch so viel Energie mit. Das ist einfach wunderbar. Das ist einfach nur, da fieber ich drauf hin. Untertitelung des ZDF, 2020